Könnte man eigentlich jetzt mehr aus dem Melon machen? Weiß ich gar nicht Pochsalat Melon Schmoozies Pochsalat Melon Jelly Und Schmoozies glaub ich Hä? Und Schmoozies Was haben wir immer Schmoozies? Müsste auch gehen Melon Smoozies Ja Normalen Juicy Melon Joghurt Da werden wir auf jeden Fall was zu tun haben Joghurt, warte mal Joghurt Wie macht man denn Joghurt hier? Da schreibt man Joghurt Ja, Joghurt bestimmt mit Y Da brauchst du die Joghurt Da brauchst du Leder Das ist um die Packung herzustellen Ja, seh ich gerade Ja, das passt schon Ja, aber sie fragt Verschwindet dann die Packung? Ja klar Ja klar Ja klar, sie ist nur ein Snack Ja Klar verschwindet die Packung Bei Milch Warte mal was Ah du kannst Oh, das ist clever Weil wir können auch Soja Soja und ich machen mit frische Milch Dann können wir halt mehr herstellen Ja, ich weiß Da seh ich ja gerade schon wieder Das ist Ah, da muss man ein bisschen Das ist gut Da wechselt der ja immer mit dem Rezept Klar, wenn du genug Soja produzierst Ist das egal, ne, aber Ich wollte jetzt nicht so viel produzieren Ja So kann man das schisseln Hallo Border Warte, was haben wir denn noch für ein Glas hier Streck Babo Ich mach immer so Ich teile die Sojabohnen Die ich dann ernte Immer auf alle drei auf Ja, mach ich auch immer Und wenn ich zu viel von hab Also wenn ich das nicht Durch drei mache, ne Und der eine hat dann Weiß ich, wenn ich 20, 15, 15 habe Kommt immer die 20 in den In den Firm-Tufu rein Oder den linken Und du brauchst mehr Firm-Tufu später Glaub ich mal Ja, eben hatte ich 8, 8 10 habe ich aufgeteilt Dass jeder 9 hat Ja, gut, dann ist er klar Ja Ja Okay Tup-tup-tup-tup Tup-tup-tup-tup-tup Tup-tup-tup Tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup-tup schau sie sagt dass ich mich hin dass sie in dir zu gucken können wie du wieder was machst du und die weg von mir immer die panels hier aber das ist doch kacka schiesel schiesel vermiesel ich nehme die hier mal gucken wie die aussehen jetzt habe ich natürlich ein brüchen ach so ich habe noch welche das ist natürlich kacke hier die glocke in der mitte nervt mich etwas das sind jetzt die bubbles, wo habe ich denn jetzt die anderen glasscheiben gepfeffert das sind die aber jetzt das glass genommen ne da habe ich ne auch nicht ach da oben sind die glasscheiben das muss man die sich hier lernen mit diesen oh die sind besser ah Mist jo übertreibt der hund ja bis klar rast aus frage brauche ich da oben die glas von denke ich kurzen just dass schlimm ist der wird mich bestimmt noch nix her nichts neues bei ihm kenne ich ihn ja nur am megan wo ist meine schiesel schiesel verniesel mal diesel da das was bauen wir und die dinge der kann natürlich dran das ist klar ich muss jetzt erst den das ist so ein stück fest auf zu wickeln da habe ich kacke gebaut aber der muss doch der war doch innen hier der der war außen das heißt der hier doch da man muss zumindest da gewesen sein zentos hat einen knall 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 das auf jeden fall was macht eigentlich da oben noch das lässt euch jetzt zu gucken wie ich arbeite ich denke da hoch kommt mal so da über die dinge über die seite so kann auch viel ausblick jetzt sieht er überhaupt was heizentos na ey ula 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 ok dann sieht er das nicht das wird er niemals sehen bestimmt schon da und ganze am essen so und ich werde das nicht sehen nun 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 gar kein glascheu kaputt egal die frage brauche ich das da eigentlich nicht da könnte ich normalerweise holz dran setzen was auch besser wäre ja wäre glaube ich besser so den was kommt dass ich den wegkriege den kriege ich weg den kriege ich weg den kriege ich weg also das hier wird doch als glas machen können sie mal anschauen hier also wer erst nur die dicke ist da wird die dicke weggehen jetzt schauen wir von unten mal doch kann man eigentlich so kann man sowas jetzt frage ich mich wie verbindet ihr das über die ecke ok verbindet das auf jeden fall über die ecke ok da in der höhe jetzt gehen wir eben schlafen hungrig lassen wir gleich ein burgerchen das ist aber schon länger weg als ich brechheit das tut euch an schrecklich so lange zu warten sind diese fensterscheiben eigentlich auf carpenter gesetzt das sind glas scheiben ja dort sind glas scheiben egal wir brauchen noch ein paar glas 16 stück ah komm 32 können wir eh wieder zurück verwandeln ein burger wollte ich mitnehmen ein fettem burger da oben da haben wir noch ein bisschen Zeit zwei drei vier fünf drei hunger kölner verlieren haben wir noch was zu tun oh die sonne die gelauft besonders wenn die hier rein scheint uiuiui weil der wollte halt den ausblick aufs ding haben auf den wald es hat echt gut gemacht hier vorne nice oh gefällt mir das gefällt mir das gefällt mir das gefällt mir die frage ob wir es noch irgendwo nochmal machen hier hab ich kacke gebaut normalerweise müsste ja eigentlich und hab ich hier kacke gebaut hier mal eigentlich holz rein was ich ja jetzt hier habe das wäre dann ja auch da falsch hier wo habe ich es denn da da habe ich es im ding drin das heißt wir machen das auch hier drin oh zwei oh keine halben wände ich hasse dieses system halbe wände keine halben wände holz hey du penner war das denn ernst was mich da runter zu kicken ne ich musste da oben hin ans dach ja du musstest ans dach ja ja am arsch musstest du ans dach sicher du musst du da oben den einen block der in der mitte war musste ich einfach kurz raus nehmen ja ja musst du was ausmessen musstest du mich einfach noch runter ne du standst genau auf dem block bist genau runter gerutscht ach ja ich habe noch mehr mit dir getrieben also das weiß gar nicht alles schmeckt es ja also zu mir sagen oh was essen ich will gleich richtig essen macht er sich auch einen kleinen snack heute noch nichts gegessen ja und außer die chips und nicht und muss ich mal gesund ernähren sagst du ja mach ich auch ich ernähre mich gesund mhm in minecraft in minecraft ja aber ab mit der axt wenn wir da auch angauen ja ich habe dir auch mit der hand ex gehabt steckt auch das wort hand drin ne Spinner warum Spinner warum ach quatsch du laberst immer sagst du mal Spinner Spassi, Bindi, Behinderter du hast doch gar keine Beweise dafür man merkt das doch so ja ach quatsch nicht ach quatsch brauchst du nicht immer ach quatsch zu sagen quatsch ja das stimmt quatsch stimmt doch alles wir müssen mal gucken dass wir mal mehr Bienen unterwegs sind wenn wir mal wieder loslaufen da haben wir auch genug ja und vier stück ich muss auch gucken wie man die automatisiert ob ich das ob ich das die Bienenkönigin äh verarbeiten kann im Autoding als Jelly also direkt und dann könnte man ein bisschen automatisieren die Frage ist halt kannst du das überhaupt automatisch rausziehen das weiß ich nicht mal wenn man es mit Shift nicht rausholen kann ja aber du kannst wenn du Doppelklick Doppelklick auf die Coms machst dann kannst du es rauszuholen also sexy alles was in dem Ding drin ist ne hm das geht auf jeden Fall das sind massenweise Blätter hinten ne aber kaum Holz in diesen Büschen ja ja kannst du nachher den großen blauen blauen Blatt da sehen bauen genau blauen Blattasche hm große baum plantasche nach ihren Pfeffer ja jetzt mal kommt da ja abfüllbäume und alles sind alle bäume müssen ja alle nicht nur Apfelbäume ich hab Kokosnussbäume ich hab gesagt Apfelbäume und so ja aber du hast wieder Apfelbäume im Vordergrund niemal wo Apfelbäume ja und die anderen Bäume sind viel wichtiger ich hab schon mal bessere Zepte gegeben was